Javis, die haben uns auf den Data-Spine abgesehen. Hol mir Rudi am Telefon. Dann nehmen wir unsere Position. Gern, Sir. Setznet Überwachung gestartet. Sie haben nur eine sichere Verbindung. Maudi, ich bin jetzt in der Data-Spine Tower. Das ist ihr eigentliches Ziel. Der Rest war nur zerschob. Was? Wieso gerade mit dem? EMP-Geschütz geortet, Sir. Oh, nein, 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 nein! Mehrfache Signatur. Javis, bist du da, Kumpel? Ja, ich glaube, ich habe gerade einen Herzinfarkt. Ich kann mich nicht bewegen. Meine, meine Brust. Javis, wenn du mich hören kannst, Notstrom aktivieren. Jemand kommt. Der EMP war genau das Richtige. Der Schutzschild von Data-Spine ist eingeklapp wie ein Liegestuhl. Ja, aber unsere Drohnen sind abgesorgen, Einstein. Läuft die Mühle? Gut. Ich bin Iron Man. Ganz genau. Ich bin ein Superheld. Und ich verrate Ihnen was, es ist ein starkes Gefühl. Aber was bedeutet es, die Welt zu retten? Die Welt zu verändern? Was bedeutet es? Natürlich, es ist nett, wenn man sowas sagen kann. Stiftungen ins Leben ruft, tolle Ansprachen hält und sich selbst dazu gratuliert, die Welt zu einem sicheren Ort gemacht zu haben. Aber jetzt frage ich Sie, wie soll ein einzelner Typ die Welt retten? Nein, die Ideen sind mir nicht ausgegangen. Ich frage ja nur, weil jedes Mal, wenn ich mir den Schädel zermartere, wie man der Menschheit etwas Gutes tut, zum Beispiel mit der Gratis-Energie-Initiative oder dem globalen Klimaschutz, kommt ein Genie mit einer Armee von Killer-Robotern oder einer anderen brillanten Idee zur Versklavung der Welt daher. Und ich muss alles stehen und liegen lassen und für Ordnung sorgen. Nehmen wir zum Beispiel Rockson. Tolle Firma, smarte Leute. Zwar nicht stark smart, aber immerhin. Und nun wollen die ein Heer von Iron Man aufbauen? Die bringen es noch nicht mal fertig, eine Telefonistin einzustellen. Der ganze Verein ist hier im Tod. Tony, ich bin's. Ihr ist was im Busch. Was gibt's, Roddy? Budenzahme von Stark Archive, Chef. Anzug erwünscht. Retter der Welt spielen ist ein schwerer Job und ich bin der Mann dafür. Ich bin Iron Man. Ihr wolltet den Besten, ihr bekommt den Besten. Und ich will sie gar nicht erst anlügen. Ich hab keinen Schimmer, wie man die Welt rettet. Aber ich hab ne Menge Spaß dabei, alles Mögliche für den Weg zum Weltfrieden auszuprobieren. Das Passwort ist 3,14159 Martini-Frühstück. Ja, wach endlich auf! Notstromreserven online. Nicht schnell genug. Ich hab hier nur Sichtkontakt und ne verfluchtschnell schwindende Lebenserhaltung. Basis Fortbewegungssystem wiederhergestellt, Sir. Aber alle Defensivsysteme weiterhin funktionsunfähig. Gib Gas. Die Burschen von Rockson haben den Schild vom Data-Spy mit ihren verdammten EMPs zerstört. Ich bin das fortschrittlichste KI-Nervensystem aller Zeiten, Sir. Ein Neustart dauert mindestens... Schon gut, schon gut. Drück du's mir jetzt auch noch ein. Servo-Motor-Energieversorgung wiederhergestellt. Sie können sich wieder bewegen, Sir. Der Puls zur Leistung teilweise wiederhergestellt. Flug mit Niedriggeschwindigkeit mümklen. Waffenenergie noch unzuverlässig. Die Sider hat der EMP alle Passwörter permutieren lassen. Nabrado, ich darf meine eigene Tür hätten. Javis, was zur Hölle ist mit meinen Rapunzoren los? Rapunzoren online. Start Archivdaten zu 66% hochgeladen. Wir können nur hoffen, dass Sie den Hilfsschild-Generator vom Data-Spy nicht hochgejagt haben. Haben Sie einen Alternativplan, falls das der Fall sein sollte, Sir? Ja, bei dem wirst du nicht hören. Die Sider hat der Fall sein. Das Buchladen der Stark-Data-Spine-Daten zu Roxxon schreitet voran. Glücklicherweise nähern wir uns dem Hilfsschild-Generator. Ich setze einen Navigationsmarker. Überprüfen des Hilfsschild-Generators erfolgt. Es sieht so aus, als wäre er... Komplett im Eibach. Also Pan B, wir müssen zum Kern des Data-Spine. Schau dir meinen... Die Änergbir macht ihn nicht. Der Fall ist der Fall. Der Fall ist der Fall. Der Fall ist ein Schwanker-Spine. Der Fall ist der Fall. Die Änergbir sind nicht die Änergbir. Drei, ich bin schiebendet. Wollen Sie wiederum? Ja, ich versuche es zu. Okay, hier ist der Plan. Ich jage alles in die Luft. Sir, wir befinden uns innerhalb des tödlichen Radius. Ist das an sich? Wir hatten keine Wahl. Ich kann eine Zeitverzögerung einstellen, aber meine Archive kriegen die Typen nicht in die Finger. Tony, bitte komme. Wie lautet dein Status? Ich bin auch im Hauptgebäude des Archivs. Halt mir die Gorillas vom Life, dann löse ich im Data-Spine einen kontrollierten Oberlohn aus. Aber die Zeitzündung wird eine Weile dauern. Du willst dich doch nicht etwa selber in die Luft jagen. Ich bin doch nicht blöd. Ich verschwinde ja rechtzeitig. Siehst du? Klappt doch. Jarvis, lege mir Tonys Overload-Anzeige auf den Bildschirm. Servus, Sir. Sensnet wird synchronisiert. Hör mal, Tony. Wenn das nicht hinhaut... Sie dürfen Jarvis nicht in die Finger bekommen. Das sagte ich dir bereits. Wenn das nicht klappt, dann werde ich mich in die Luft sprengen. Ich sehe den Lichtstrahl. Wollen die Typen von Rockstar und Jarvis so hochladen? Eine archivierte Quellcode-Version. Ja, das ist nicht das Gleiche. Mit bestimmten Waffen können mehrere Ziele erfasst werden. Ich sehe das nicht. Der ist ein Waffen-Version. Das ist nicht. Ich sehe das nicht. Es sei. Ich sehe das nicht. Robi, wir haben 78% des Archivs. Komm so schnell du kannst her. Verstanden. Die kleinen Flugdrohnen tragen Datenübertragungsleiter. Alles klar. Mach die kleinen Dinger mit den Lasern. Verstanden. Halte Roxxon vom Dataspine fern. Wenn die zu viel holen, muss ich ihn in die Luft jagen. Und ohne Zeitverzögerung...